Musik Ich möchte Sie gerne nach Stolberg einladen, weil ich Ihnen zeigen möchte, wie nett hier die Einwohner sind und was für ein schönes Städtchen Stolberg ist. Musik Schönen guten Tag, ich lade Sie zu uns hier nach Stolberg ein, weil nur hier kriegen Sie mit mir, Kiepenfrau Elke, eine wunderschöne Führung durch die Stadt. Musik Ich möchte Sie recht herzlich hier nach Stolberg einladen. Wir würden Sie gerne in unserem Gasthaus Kupfer begrüßen. Genießen Sie hier regionale und ganz typisch Harzer Spezialitäten, unter anderem die Stolberger Lerchen. Musik Wir möchten Sie nach Stolberg einladen, weil es hier ein Märchencafé gibt, zusammen mit einem wunderschönen kleinen Kleinkunsttheater. Ja, also alles für Kopf und für Bauch. Musik Musik Ich lade Sie ein nach Stolberg. Nicht nur, dass wir das beste Eis haben, im ganzen Harz, sondern Stolberg sucht sein ist gleich. Musik Ich lade Sie nach Stolberg ein, weil es hier die leckersten Kekse gibt. Musik Ich lade Sie nach Stolberg ein, damit Sie herausfinden können, wie herzlich, kulinarisch und traumhaft schön es bei uns ist. Lassen Sie sich verwöhnen. Genießen Sie das Freiwerk und unsere wunderschönen Region. Besuchen Sie uns auf unserer Panoramaterrasse und haben eine traumhaft schöne Zeit. Musik 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 Musik